Hallo Willkommen Mal schauen ob das alles funktioniert Okay, das ist X-Men Arcade Academy 2 glaube ich, ne? Das habe ich glaube ich nicht Shinkick Okay New Land, New Standing Attacks New opening, you must learn what Okay Die Braille Penguins, okay, habe ich gar nicht gewusst Was gar nicht so schlecht ist eigentlich, ne? Huh Ist falsch So, okay, zurück zu einem Verleuchtung oder was? Das ist so, so Okay, das ist schon richtig Aber warum ist das noch falsch? Komische Steuerung Das ist ein bisschen komisch, diese Move, halt, ne? Wie funktioniert das denn? Die Zahl der Token Geht zurück zu halten Verstehe ich es nicht ganz Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zu spät, ne? Warum hat das da nicht geklappt? Was ist das? Das ist ja komisch, aber ich Kapierst du irgendwie nichts Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mal schauen mal noch schneller was ich kann Trinken kann, geht alles nicht, ne? Hm Hm Ha, das hat sehr sehr komisch gemacht Das Spiel irgendwie so Okay, klappt das nicht, ne? Zu langsam, ne? Oh, das war doch jetzt halt Gleichzeitig Irgendwann hab ich's geschafft Das ist irgendwie Schwachsinn Ah Okay Nächste Lektion Ähm Next we learn your Quartional attacks Okay Okay, Dr. Angriff Es ist echt irgendwie Richtige Anfänger halt, ne? Ist das? Dann Macht's Ha, ja gut Okay Ah, kann man brennen, geil, ne? Achso Achso Okay 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 Shopping Attacks, okay Da steht's auch sogar, ne? Okay More tricky than standing Uh, okay Okay Oh Aha Down there Down what slash Ah, so nach Cooler Name Wie erwartet Von Wolverine Huh Ha Somersoul Kick. Aber Slash. Aha. Ist ein bisschen komisch einzugeben, diese Angriffe. Na gut. Ist halt verzeihbar, seine Angriffe dann halt, ne? Ah, hab mich so schnell gedrückt. Okay, packen rein, ne? Wer ist es ja eigentlich auch nicht, ne? Okay, die muss ich echt so wiederfaltermäßig machen. Aua, wiederfaltermäßig ist das dann nicht mehr. Ah, Starter ist schon ein bisschen. Okay, Stammkick. Okay, ich hab die Wurftechnik beherrscht. Hm? Wusste ich in normalen Spielen einfach eigentlich nicht, ne? Dass die mehrere hatten. Okay, da kann ich nur mal drücken. Okay, ähm, Wolflieb ist der Ausweichtechnik, ne? Oder Kampftechnik. Okay. Okay. Das ist ja einfacher zu machen. Wie bitte? Oh, oh! Geil! Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ich hab nämlich mal wieder das Spiel, die haben wir gespielt von sehr langer Zeit und die zeigen das gar nicht an. Da soll ich den Mobus halten, ne? Okay. Okay. Okay, jetzt kommen die stärkeren Angriffe. Eine Attack. Okay, jetzt muss ich auffüllen, ne? Okay, ähm, wie geht das denn? Okay, ähm, jetzt kann ich ausführen. Erste, zwei, drei, vier erst, ne? Für Sides, Cards, okay? Super da! Das ist aber nicht viel gewesen. Okay, dann musst du wahrscheinlich noch mehr. Okay, ähm, jetzt kann ich Spiele machen oder was, ne? Okay, jetzt war der Schwächste, glaube ich, ne? Jetzt kommen wahrscheinlich den mit Pfeilen nach oben, den in der Mitte, die Geige, ne? Er hat es ja ein bisschen anders gemacht. Achso, das kann man in der Mitte verstärken. Kann man ja verstärken, stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Es war ja das, ähm, Interessante, in diesem Spiel halt, ne? Okay, ähm, ist der Stärker, ne? Ribbit Generation, ähm, Ah, geil. Also auch Sprachausgaben. Der Wahnsinn! Ähm, Kompos! Okay. Kennen wir ja schon von Zufall, aber das ist schon richtig gut gemacht, so ein Tücher. Okay. Okay, es sind jetzt die Basic Kompos, ne? Okay. Ja. Das hat ein bisschen Angst gemacht, ne? Okay, manchmal kannst du aber abrichtern, ne? Was? Irgendwie so halt, ne? Warum das nicht vorher, ähm, schon geschafft hatte? Ah ja, kommen wir jetzt diese. Ah ja, kann man sich nur verstärken lassen. Okay, Master Combo! Ähm, okay, kannst du ja auch abbrechen, ne? Ah, Mist. Aber, ich geh zurück, okay? Okay, habe ich auch gleich geschafft. Ja, das ist doch nicht schlecht. Erkommos, okay, kommen noch Luftkommos. Ah, so, was? Ähm, Area Combat consists ist, ist, commos that are executed while in der, okay, dead of commos, hat man können nur machen, während die in der Luft sind. Ja, das können wir auch schon. Es hat sehr vorgeschritten, für anfänger ist dieser Dreh ja, gut. Wurde eigentlich mit Plastischen 1-Controller spielen, aber, okay, das ist doch besser. Da komme ich da besser zurecht. Okay, was steht da noch? Wurde life und schau mal, wie so die Ah ja, Luftkommos sind gut für Chain-Angriffe, also Ketten-Angriffe nennt man das Kommos sein, ne? im Endeffekt, aber ja, klar. Ähm, ja, Special-Attacks, äh, ah ja, die haben in der Luft auch Special-Attacks, ne? Ist ein bisschen komisch, so einzugeben, wofür er zurück hat, sind's. Okay, schauen wir mal, was die können. Ähm, okay, okay, das ist das Leichte davon. Ah ja, okay, jetzt die Kombo, normalen Angriffe und dann in den Gegner hoch starten. Ah, nix. So, falsch gedrückt. Ah, es war zu langsam. Ah, das war falsch gedrückt. Was? Hab ich doch gemacht. Was ist das für Beschiss? Also, okay, da war kein, war nicht in Kombo. Sieh mal auch gar nicht, ne? Okay, das ist schon mal ein Kritikpunkt, aber das Spiel ist jetzt schon älter. Aber das müsst ihr eigentlich schon drauf haben. Ah, stimmt, ja. Ah, ne Luft, danach die zwei, okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Okay. bei Special Move tut er ja schon in die Luft und nicht den Gegner rein, ne? Ah, falsch. Nur zwei Schläge und dann den Special Move. Ah, nicht geklappt. War es geschafft? Achso, das kann man geschummelt machen, okay. Das ist aber nicht so toll gemacht dann, ne? Warte, in Luft. Willst du auch gehen? Ah, vorwegen. Ähm. Na. Ach, von wegen. Falsch, ich muss zwei gedruckt haben. Und zwar. Ja, so muss es gehen. Okay, das. Man kann doch nach, da einfach machen die. Die müssen nicht in Komma sein, das haben die falsch gemacht, ne? Okay. Ah, falsch. Hm, was? Die alle? Sonst geht es euch noch gut. Ah, klar. Achso, Vier-Eck, X-Drei-Eck, okay. Ah, am Schluss nichts. Okay, kann man nicht schoben, okay. Ah, falsch, Gott. Okay. Was? Was? Ah, falsch. Falsch gemacht, Leute. Ah, da unten steht, was ich richtig und falsch gemacht habe, ne? Ah ja, und jetzt hat es er. Nicht geschafft, ne? Ah, ist ja klar. Ah, hab ich noch nicht gemacht. Oh, der einzige Kommo, wo man nicht schoben kann. Okay, hab er geschafft, wenigstens. Ja. Die von Marvel, was Capcom sind ein bisschen schwieriger. Ja, komm was. ähm, Masakomo. Okay. Ah, hab ich doch gemacht schon, oder? Ja, kann ich halt nochmal. Okay, zweiter. Ah, das ist glaube ich anders ein bisschen, ne? Achso. Ne, ist eigentlich gleich, oder? Ähm, irgendwie muss ich ja weiterkommen, ne? Ach, Mist. Oder, das Spiel hat doch gemerkt, dass ich geschummelt habe, ne? was, ja, aber nicht, glaube ich. Was? Ah, ja, ja, komm, ist ja nicht schlecht. Die auffüllen mir auch ganz schön viel. Ah. habe ich doch eigentlich erst gemacht, oder? Ah, habe ich falsch gemacht. Ah, vorwiegend falsch, ist alles richtig. Ähm, zeigt er nur an, wie ich es halt zurückgehalten habe, Okay, jetzt, Herr Masakomo, mal schauen, ob der ich nochmal kann. Ah, noch ganz. Okay, das ist falsch gewesen. Ah. Ah, was ist das? Jawohl, Masakomo, Mannschafts. Okay, kann ich weitermachen, oder? Was ist das schon? Ähm, ja, komm, ist okay, geil. Ähm, habe ich doch schon. Ähm, probiere ich es nochmal. Ey, das habe ich doch schon gemacht. Okay, das war ich am Schluss, dann kann man nicht weitermachen. Okay, das Training ist zu Ende. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Diesmal Gameplay dann, ne? Ciao!